Der Bewerbungsprozess verlief sehr unkompliziert. Ich habe die Stellenausschreibung online gefunden und mich daraufhin beworben. Wurde dann auch sehr schnell eingeladen. Meine ersten Erfahrungen bei Cosmo & Cosalt am Standort in Steyr waren extrem positiv, sehr persönlich aufgenommen worden, sehr freundschaftlich aufgenommen worden. People are in the center of the company and company offers everything that makes, that creates a harmonious working atmosphere. And that's why once you work for Cosmo, you stay. Beim ersten Bewerbungsgespräch waren wir zu dritt. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Man hat sich sehr schnell wohl gefühlt. Daraufhin haben wir gleich einen zweiten Termin ausgemacht, um das Team kennenzulernen. Da wurde mir die Möglichkeit gegeben, ein bisschen in ihren Arbeitsalltag reinzuschauen. Und daraufhin habe ich mich dann für die Cosmo und die Cosmo für mich entschieden. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Arbeitstag in Steyr erinnern, weil eben die Aufnahme der Kollegen so herzlich und so persönlich war. Und ich bin am ersten Tag nach Hause gekommen mit einem großen Lächeln im Gesicht. Da habe ich gewusst, dass ich hier gerne arbeiten werde. Das Coole ist, wenn man bei Cosmo startet, dass einem ein Buddy zugewiesen wird. Der ist die ganze Zeit an deiner Seite. Wenn du Fragen hast oder neue Kollegen kennenlernen möchtest, der führt dich durch das ganze Unternehmen, hilft dir die Prozesse zu verstehen, die Unternehmenskultur. Wenn man bei Cosmo Cosalt arbeiten möchte, sollte man Teamfähigkeit mitbringen, Kommunikationsfähigkeit. Wenn man bei Cosmo Cosalt arbeiten will, sollte man gerne im Team arbeiten, gut kommunizieren und offen für Neues sein. Für das Bewerbungsgespräch habe ich mich zuerst so vorbereitet, dass ich mir die Webseite genau angeschaut habe und nachgelesen habe, was macht Cosmo und was macht Cosmo aus. Mein Tipp für zukünftige Kandidaten ist, einfach offen sein, be curious. Cosmo liebt das. Vor allem sollte man sich für neue Technologien interessieren und Innovationen. Und am allerwichtigsten ist es, einfach authentisch zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.